Guten Tag, mein Name ist Lars Hornhoff. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen und Crowdinvesting-Evangelist. Kleine und mittlere Unternehmen haben häufig revolutionäre Ideen. Diese Ideen können jedoch häufig nicht in die Praxis umgesetzt werden, weil den Unternehmen das nötige Kapital fehlt. Banken scheiden als Finanzierungsquelle häufig aus. Es resultiert ein riesiges, bislang ungenutztes Potenzial für die Volkswirtschaft. Mit einer neuen Möglichkeit, an eine Finanzierung zu gelangen, bietet das Crowdinvesting. Dort wird durch eine Vielzahl an investierenden Kapital in kleine und mittlere Unternehmen vermittelt. In Kooperation mit vier Unternehmen haben wir das Phänomen Crowdinvesting in Deutschland untersucht. In unserem Beitrag, der im Journal of Corporate Finance veröffentlicht wurde, kommen wir zu drei Ergebnissen. Erstens, wie Kapital vermittelt wird, ist entscheidend dafür, ob eine Finanzierung erfolgreich ist oder nicht. Zweitens, Co-Investments durch Business Angels und Informationen durch Updates motivieren die Crowd dazu, ein Unternehmen zu unterstützen oder eben nicht. Drittens, neben dem Investment bietet die Crowd den Unternehmen häufig Hilfe an, zum Beispiel durch die Vernetzung von Geschäftspartnern oder über die Vorschläge, wie Produkte verbessert werden können. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen könnten sich unsere Erkenntnisse zunutze machen.